Wir freuen uns sehr, dass wir gerade in diesem besonderen Jahr wieder mit unserem IKK-Brot Menschen in Not hier im Saarland unterstützen können. Denn von jedem verkauften IKK-Brot werden 30 Cent an die Aktion Sternenregen von Radio Salü weitergeleitet, die damit die Menschen unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, denen es nicht so gut geht. Wir dürfen jetzt schon das vierte Mal in Folge uns mit dem IKK-Brot beteiligen und konnten auch so in den vergangenen Jahren einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir gerade jetzt in dieser Vorweihnachtszeit das eine oder andere ermöglichen konnten, was sonst halt eben nicht möglich gewesen wäre. Schauen Sie auch gerne, ob Ihr Lieblingsbäcker mit dabei ist und das feine IKK-Brot, das sich aus Ingwer, Kürbiskernen und Kleinen zusammensetzt, backen tut, hier zu haben wir auch eine Übersicht auf unserer Homepage eingestellt. Unter IKK-Südwest.de finden Sie alle Bäcker aufgelistet. Machen Sie mit, es lohnt sich auf jeden Fall für Sie. Machen Sie mit, es lohnt sich auf jeden Fall für Sie. Machen Sie mit, es lohnt sich auf jeden Fall für Sie. Machen Sie mit, es lohnt sich auf jeden Fall für Sie. Machen Sie mit, es lohnt sich auf jeden Fall für Sie.